Willkommen zu einer neuen, kleinen Folge, Pay the Tarot. Oh mein Gott, was hast du hier angestellt? Wir sind auf der Polizeiwache. Ich, äh, hab aus Versehen ein Schokoriegel mitgehen lassen. Komm, du hast einen Ballon geklaut. Gott, was tust du mir hier an? Hüp. Scheint wohl spannend zu sein. Beobacht. Ja, da ist jemand gestorben. Naja. Was machst du? Mund abfallen. Kann man auch nicht schlaufen, aber springen. Hallo? Ich brauch erstmal eine Waffe. Not cross. Not cross? Was macht denn ein Polizistanz? Ach, das machen die also. Den ganzen Tag. Was passiert, wenn du rüber gehst? Greif die uns an? Ich, aber ich denke schon. Warte, ich brauch ne Waffe. Dann brauchst du immer ne Waffe. Okay, dann halt nicht. Dann, wo bist du hin? Ach. Ich bin auf die andere Seite gegangen. Do not cross. Ich schau mich aber nach unten an. Aha. Ups. Da ist ein Mob. Und ein Hammer. Restricted Area. Dazu brauchst du einen roten Schlüssel. Bist du? Hier. In der Garage. Nach unten. Restricted Area. Da bist du doch. Dispatch. Okay. In dem Klo. Da tanzt einer auf der Toilette. Okay. Ja, geht los. Das ist ein Hammer. Wie schwupp. Tschüss. Ich glaube, ich habe den Hammer des Todes gefunden. Okay. Ein Wischwupp ist doch nicht so gut. Ja, ja. Erst hinterher rennen, ne? Erst vor und dann entwischen. Ja, und wenn einer... Äh... Oh, was? Oh, was? Elektronen. Oh, was heißt? Wuh! Dann noch Waffen dran. Ach, was war das? Ich bin jetzt so gut. Wo du wachst? Wo wirst du hin? Okay. Oh, was ist das? Wie ist das? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ich bin jetzt so gut. Safety tips? Ja. Gut. Der Hauptmann ist, der hört schön Musik und bekommt nichts mehr. Der Hauptmann ist, der hört schön Musik und bekommt nichts mehr. Da hat jemand den Tag gespürt. Nein, was muss die Männer anlaufen? Das ist der trochene Schlüssel. Irgendwo der rote Schlüssel ist. Der rote Schlüssel ist ja, was ich sage, keine Ahnung. Hier ist alles rot, also das ist der einzige überall. Kein, du alle noch oben, Schlüssel. Sollten wir nicht noch die anderen? Vielleicht werde ich nicht noch. Sie sind alle tot. Keine Munition mehr. We're making the mother of all omelettes. Ich bin drin. Alles, geben Sie sie ihm. Los, schneller. Das müssen Sie da. Härter. Wer will es härter? Hey, jetzt darf nur einer zugucken. Aha, ein Strip-Club. Ah, ich habe ein Messer gefunden. Krass. Willst du die Messer? Was ist diese Krass? Oh ja. Hier, ich nehme das Messer. Ich habe hier was. Ha! Was ist doof? Da ist das Messer. Was ist hier? Das hat hier auf der Strasse gelegen. Hier ist das Messer. Hier. Ja, danke. Danke. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Bossraum. Du bist so schnell. Schau mal im Boot. Ja, ich habe das Messer des Todes. Die wollen alle keinen Schrank. Die wollen alle keinen Schrank haben. Die wollen alle keinen Schrank haben. Die wollen alle keinen Schrank haben. Ich nehme alle zum Achter. Schlachtermesser haben. Schlachtermesser haben. Jetzt hat der auch mit Schlachtermesser in der Hand. Wer hat ein Schlachtermesser-Hilfe? Ja, unser Freund da. Der Beste. Witzel. Die alle hier an der Tür weg. Die kommen alle rein hier. Die wollen alle zu meinem Schlachtermesser. Die spinnen zu. Ich brauche gar nicht mehr zu machen. Ich stehe nur da oben. Ich stehe auch nur an der Tür und hau zu. Ach, mein Messer. Rot? Der ist rot. Ich habe eine Flasche übergerufen. Ich habe mal Sicherheitshalber noch mal drauf drauf. Komm nicht durch. Was ist denn da los? Eine Wäscherei. Ach, hallo. War es noch ein Messer? Und da auch? Nee. Kommst immer zu spät? Bis du da bist, sind die meisten schon abgeschnitzelt. Aha, da fehlen noch welche. Unser Helfer läuft auch da rum. Und sucht. Was war denn das? Ist ja witzig. Ach da. Aber das sind unsere. Warum nicht? Er hat einen Katana. Ach, sind das die vielleicht? Ja. Hm. Ach, und das Schlitzelmesser benutze ich jetzt für Bob. Aha, ok. Bob. Oh, hat der Glück gehabt. Hängt in der Wand. Jetzt nicht mehr. Weil der hat Fanny vorne drauf stehen. Was hat der drauf stehen? Fanny. Fanny. Never Green Terrace. Redfield. Da ist es niemals grün. Nein, das ist jetzt die Redfield Terrace. Na, kommt's dir bekannt vor? Ja, natürlich. Was ist es? Na, was wohl? Es ist... Homas... Haus. Wer? Was? Sagt der die? Was gibt's denn mit dem Stuhl? Was ist das denn für einer? Der ist riesig. Einfach mal auf den Fuß. Will da nicht stimmen. Hallo. Was? Ach. Ach. Mach ne Waffe. Was hatte ich dann in der Hand? Was ist das? Wo bist du? Irgendein Haus und... Keine Ahnung. Hier. Finde Zeug und werf das durch die Gegend. Ach, ich hab noch was gefunden. Aha, hallo. Nein, ich hatte ein Messer. Was ist das denn? Ich hab ne Gitarre. Ich hab ne Gitarre. Ich hab jetzt mal ne Gitarre. Ach. Ein Fleisch haben wir es mal. Willst du haben? Äh. Ne, war halt unter dem... Hier. Was? Ach hier. Hier? Hier, bitte hör das ne Gitarre. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Neeehh. Das ist schön nackter. Haha. Oh mein, irgendwas dafür nicht? Da fehlen aber noch. Blasen. Oh. Okay. Was war da? Kick? Nach vier Stück. Ah. Was denn? Da kann man runter. Da! Ne, stirb! Stirb! Oh! Ach du! Ja, wenn ihr sind kann, ist es klar, fort. Ich muss zweifeln. Hallo! Ich hab noch zwei Schuss für einen Typ. Ich hab erst mal Ruhe. Ich komm da nicht hoch. Da ist er, der letzte Psycho. Hier, bei mir oben. Das macht... Au! Lebt ihr noch? Nein, ich bin tot. Was? Alter… Geh weg, wie sagt das die Psycho! Ich bin tot! verschwinde, lebt er noch? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Hilfe, ich muss weg! Hier sind doch verrückte! Wollen wir noch rein? Okay, noch rein aber es reicht dann. Ich hab'n Hammer, das Todes. Ich hab'n Hammer für ein Restaurant. Wie siehst du denn aus? Ich würde dir einfach mal die Beine legen. Oh, leider doch. Oder? Ich will mal runter. Was? Die Waffe ist doch nicht kaputt. Hau'n doch mal den Schädel weg. Warum haben die draußen nichts mitbekommen? Ach, die sind so beschäftigt mit dem Essen. Der hat'n Messer, der hat'n Messer. Der auch. Ich will dein Schwert. Was? Ja, du. Die sitzen immer noch alle da. Ah, jetzt. Ah. Ja, dann war's. Ja, kommt die Energie holen. Ich brauch auch Energie! Wo ist die Energie? Wo ist die Energie? Ah, hier. Oder? Nein. Ich brauch zu ihr Kreuz. Anna des Todes! Heute frische Schnitzel. Nur ich hab'n Angebot. Da will ich aber nicht essen gehen. Warum nicht? Hey Mann, das Schnitzel ist frisch. Frischer kriegst du's nicht. Ja, aber... So kann die Bahnen find' ich jetzt nicht. Das muss ja keiner wissen. Wir schreiben Pferd drin. Ja. Ja, hier. Die tanzen da. Zum Teufel. Ja, sie sind alle tot. Hast du sie wieder abgeschlachtet ohne mich? Ja. Oh, bei mir ist es wieder. Ah, okay. Dann geh' ich grade mal ins Ziel. Und es reicht jetzt sowieso erst mal. Dann verabschieden wir uns mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Und ihr wisst ja, malt eure Stadt rot. Ja. Bis dann. Tschüss. Tag Explorайт Soltschalk bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017